Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Er hat ja so schon am Simi gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Rumiabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Ich bringe mir einen Obstler. Kwampert, ein Obstler! Der steht noch hinter den Boxen von der Ramona im Geburtstag. Ich hab dir hundertmal gesagt, dass du während der Schicht nichts mehr trinkst. Doch nicht für mich. Für den Uwe. Für den Uwe? Ja, geht jetzt noch ein absolutes Kassensturz. Wenn die Ramona einen anfassen wird, den würde ich plattern. Wenn die Ramona einen anfassen wird, den wーティigen Fahne das Schicht und Schicht und Schicht nach hochgelegt. Untertitelung des ZDF, 2020